Willkommen zu einer neuen Woche mit Leute heute. Für Boris Becker wird es ernst, der steht seit heute in London vor Gericht. Es geht um Vorwürfe im Zusammenhang mit seinem Insolvenzverfahren. Boris Becker war verpflichtet, persönlich zu erscheinen und hat zum ersten Termin seine Freundin mitgenommen. Einzelheiten hat mein Kollege Andreas. William und seine Frau Kate sind im Auftrag der Queen unterwegs zum 70. Thronjubiläum von Königin Elisabeth, besuchen sie Länder in Mittelamerika und der Karibik. Der Auftakt ihrer Reise verlief anders als geplant, aber die beiden haben es mal wieder geschafft, die Herzen vieler royaler Fans zu gewinnen. Bärbel Schäfer, ein vertrautes Gesicht aus dem Fernsehen. Was viele nicht wissen, sie schreibt auch über gesellschaftliche Themen wie den Umgang mit Krebserkrankungen oder das Älterwerden. In ihrem neuen Buch geht es um eine Sache, die viele in der Pandemie gespürt haben. So viel für heute. Nach den heute Nachrichten gegen 19.25 Uhr erwartet sie wieder ein ZDF-Spezial. Zum russischen Angriff auf die Ukraine und ich melde mich morgen wieder. Bis dahin. Schönen Abend. Tschüss.